Okay, ich komme anscheinend wieder zurück, wo ich vorhin war. Dann nehme ich mal hier mein Scheißhaus. Ein berühmtes, kleines, süßes Scheißhaus. Wo sogar noch der freundliche, jetzt nicht mehr heile, Trockner, Handtrockner sitzt. Boah, ist der versifft. Haha, siehste, das klemmt da nur dran. Wenn sie wenigstens noch reinbauen sollen, sollen die Wand. Autsch! Ich werde hier angriffen. Wieso werde ich immer von irgendwelchen Mistmichern gegriffen? Und vor allem, wieso werde ich zum Toppen permanent von irgendwelchen Scheißdingern da nicht hier, sondern Müllspucker angegriffen? Oder was ist das, so ein Müllspucker oder sowas? Boah! Muss das nicht widerlich sein? Siehren so ein paar Lauf. Beideein... Vietz... Komm jetzt, setz mir den Einsatz mal richtig hoch. Das bringt Spaß, das muss ich auch mal probieren. Jetzt spielen wir mal einen hohen Einsätzen, Leute, mit ganz, ganz, ganz hohen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Was wollen wir denn so in dieser Zeit mal bereden, bis es mal irgendwann voll ist? Was meint ihr, was wollen wir in dieser Zeit bereden? Euch fällt also auch nichts ein, oder? Das ist scheiße. Dann sind wir alle am Arsch, tut mir leid. Ha, Leute, das ist viel. Was für eine Auszahlung. Ich bin reich. Ich bin reich. 600 Millionen. Ich bin reich. Oh. Ress mich doch. Oh, das hat mich nicht kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Diese miesen Dinger hier, ne? Die sprühen immer dann. Äh, ups. Das wusste ich noch nicht. Dass man sie auch so abschneiden kann, das wusste ich gar nicht. Ich würde schon sagen, die Dinger sprühen immer nur dann, wenn ich da rüber gehen will, ne? Was zum... Das ist hier wohl nur für Spielen, wa? Na und, dann geh nochmal zurück. Jetzt. Hey, da wollte ich eigentlich noch gucken. Äh, okay. Okay. Äh? Krass. Hier fliegt ein Flugzeug längs. Was geht denn hier? Ja, echt? Ja, echt? Ja, echt? So ungefähr, Jesus. Was ist aus dem Platz? Das ist echt ne gute Frage, was ist denn hier los? Heftiges Ding hier. Na los. Danke. Okay. Oh. Die habe ich schon voll. Höhe. Das ist hier schlimm. Also... Vor allem, ich bin sehr reaktionslarm, habe ich das Gefühl gerade. Ich bin äußerst reaktionsarm. Und dann? Oh. Und dann? Oh. Also. Und dann? Oh. 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 Ok Das wirklich kann nicht sein Das geht ja Was ist das für ein Kind? Hast du psychische Probleme oder was? Ja Ja Nie Ja 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 Guter Ja 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 Du Was zum... Was geht hier ab? Ist das also... Wie geht's jetzt wirklich mal los? Ja, scheiß Dreckstür. Okay. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich nicht wirklich weiß, was hier eigentlich gerade abgeht. Halt die Fresse mit deinem scheiß Kinderlied. Am Arsch du kommst. Hier kommt keiner. Außer ich. Haha. Das ist mein Diggerwitz. Du bist ein Ex-Sing-Dumbug. Ha! Fuck you! Bitch! Yo! Haha. So muss das laufen. Also irgendwie drückt das nur, oder bin ich, wenn es um Blind geht, nicht gerade der Knüller. Diese Dinger hier, die geben irgendwie immer den Hinweis, man sollte mal switchen. Ich habe zähl. Ich habe mich nicht verloren. Und wenn ein pfunk. Ich habe mir das vor, wenn es um Blind geht, nicht gerade über die Knüller steht. Aber ich habe es schliess, wie es um die Kusschmerzen, die ich nicht so loswerfen, wie es um die Kusschmerzen. Dass man es sich die Kusschmerzen als eine Kriste gefälte, lasstetig았어. Vielen Dank.